In diesem Video geht es um Johannes Kepler. Ich erkläre dir, wer Kepler war und wodurch er berühmt wurde. Johannes Kepler wurde am 27. Dezember 1571 in Weil der Stadt in Deutschland geboren. Er war ein wichtiger Astronom und Mathematiker, der viel zur Erforschung des Universums beitrug. Kepler studierte an der Universität Tübingen, wo er Mathematik und Astronomie lernte. Kepler ist vor allem bekannt für seine drei Gesetze der Planetenbewegung. Diese Gesetze beschreiben, wie sich Planeten um die Sonne bewegen. Das erste Gesetz besagt, dass die Planeten in elliptischen Bahnen um die Sonne kreisen, wobei die Sonne in einem der beiden Brennpunkte der Ellipse liegt. Das zweite Gesetz erklärt, dass sich ein Planet in seiner Umlaufbahn um die Sonne schneller bewegt, wenn er näher an der Sonne ist. Das dritte Gesetz zeigt den Zusammenhang zwischen der Umlaufzeit eines Planeten und dem Abstand zur Sonne auf. Johannes Kepler arbeitete eng mit dem dänischen Astronomen Tycho Brahe zusammen. Brahe hatte sehr genaue Beobachtungen von Planeten und Sternen gemacht. Nach Brahes Tod nutzte Kepler dessen Daten, um seine eigenen Theorien über die Planetenbewegung zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit führte zur Entdeckung der Keplerschen Gesetze. In einem weiteren bedeutenden Werk, Harmoniques Mundi, die Harmonie der Welt, schrieb Kepler über Mathematik, Geometrie und Musik. Er glaubte, dass es eine Harmonie im Universum gibt, die sich in der Mathematik und Geometrie zeigt. Dieses Buch war ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung der Wissenschaft. Keplers Arbeit hatte großen Einfluss auf spätere Wissenschaftler wie Isaac Newton. Die Keplerschen Gesetze legten den Grundstein für Newtons Gravitationstheorie. Heute gelten Keplers Gesetze immer noch als grundlegend für unser Verständnis des Sonnensystems und der Planetenbewegungen. Johannes Kepler starb am 15. November 1630. Sein Vermächtnis als herausragender Astronom und Mathematiker lebt jedoch weiter und hat einen wichtigen Einfluss auf die Wissenschaft gehabt.